Hi Leute, diesmal habe ich dabei Marvel-Exklusiv Nummer 72 mit Daredevil, die Akte Murdoch, dem letzten und finalen Band des Bandits Runs. Ein würdiges Finale, auf alle Fälle einfach nur genial gemacht. Hier muss gleich gesagt werden, es hält weniger Wendungen parat als die Vorgängerbände, das ist hier leider so. Und ja, es gibt eine große Wendung am Ende, aber ganz ehrlich, ob diese Wendung nun in Kraft tritt oder nicht, ist für diese Geschichte vollkommen irrelevant, denn sie ändert nichts an dem Schluss. Also ob diese Wendung nun existiert hätte oder nicht, der Schluss wäre immer noch genau derselbe gewesen. Okay, eigentlich läuft gerade alles tutti frutti für Matt, es interessiert sich keine Sau mehr dafür, ob er nun Daredevil ist. Eigentlich hat er recht viel Hinterhalt im Volk. Und plötzlich taucht auch Mila wieder auf und möchte wieder mit Matt zusammenkommen. Kann doch gar nicht besser laufen. Ja, als Foggy plötzlich am Zeitschriftenkiosk vorbei geht und im Daily Pugel die neue Schlagzeile liest, der Kingpin packt aus, die Wahrheit über Murdoch. Ja, denn Kingpin hat Ben Urick in seiner Haft zu sich bestellen lassen, um über Ben Urick einen Deal mit dem FBI auszuhandeln. Denn ihm ist klar, das FBI kann ihm nichts, sonst wäre er schon längst weggeschlossen. Und er denkt sich, wenn er jetzt Ben Urick in der Hinterhand hat und eben Ben Urick mit dem, was Kingpin ihm jetzt erzählt, an die Öffentlichkeit geht, ist das FBI im Zugzwang und muss was tun. Also erzählt er Ben davon, dass er sehr wohl weiß, wer Daredevil ist, dass er seit Jahren Beweise dafür gesammelt hat. Er nennt dies die Akte Murdoch, welche sich an einem geheimen Ort befindet und bietet dies nun im Austausch für seine Freiheit und für die Freigabe seiner Vermögenswerte würde er dies ans FBI abgeben, weil er einfach keine Lust hat, mehr im Knast zu sitzen und sie können ihm eh nichts, es ist ja nur ein Spiel auf Zeit, er möchte jetzt einfach raus. Das FBI ist sich dessen bewusst, dass sie ihm wirklich rein gar nichts können und das wird uns da natürlich deutlich, als Agent Del Toro eben den Chef vom FBI zur Rede stellt, wie sie jetzt denn vorgehen und sie können doch jetzt nicht den Kingpin laufen lassen, um Daredevil festzunehmen. Immerhin hat Daredevil oft genug der Polizei und dem FBI geholfen, aber der Chef vom FBI sagt hier, es ist vollkommen irrelevant, im Endeffekt hat er unsere Arbeit eigentlich behindert, Selbstjustiz ist auch ein Verbrechen, er hat sich zum Kingpin ernannt, er hat uns alles nur schwer gemacht und gegen den Kingpin haben wir nichts in der Hand, wir müssen diesen Deal annehmen, vor allem weil er eben durch die Presse läuft. Das sorgt dann dafür, dass Agent Del Toro auch kündigt, da sie ja, wie wir in Golden Age erfahren haben, ja eigentlich der neue Weint Tiger ist und eben mit Matt seitdem auch mehr oder weniger kooperiert. Und der Kingpin verrät nun auch dem FBI, wo sich diese Akte Murdoch befindet, woraufhin das FBI dorthin auch aufbricht. Leider ist es so, dass auch weitere Probanden davon wissen, wo sich die Akte Murdoch befindet und zwar keine lieben, schluckeligen Figuren, sondern wohl zwei der gefährlichsten Killer des Marvel-Universums, die ihrerseits natürlich auch Interesse an der Akte Murdoch haben. Elektra eben, weil sie eben mit Matt stark befreundet ist und immer noch Gefühle für ihn hegt und Bullseye um ihm noch mehr das Leben zur Hölle zu machen. Und so haben wir eben diesen Kampf zwischen Matt gegen Bullseye mit der Hilfe von Elektra und sogar Black Widow, denn die hat wiederum mit Daisy Jones müsste es zu dem Zeitpunkt sein, dann ist es immer, ich kann die beiden echt schwer unterscheiden, also Daisy Jones und Maria Hill bei Alex Malef sehen beide gleich aus, aber ich glaube, Daisy Jones war zu dem Zeitpunkt der Chef von SHIELD. Jedenfalls versuchte Black Widow zu erwirken, dass eben SHIELD diesen Deal verhindert, aber Daisy Jones hat gesagt, ich mische mich hier nicht ein, es ist Sache des FBI, ich habe keine Handhabe. Fury hätte das vielleicht gemacht, ich mache es nicht und so. Also versuchen nun Black Widow, Elektra und Matt in diesem Fall zusammenzuarbeiten, um diese Akte zu sichern, bevor eben alles für Matt schief läuft und so müssen sie sich nun gegen das FBI stellen und gegen Bullseye. Ja, die Wendung, die zwar nicht wirklich wichtig ist, hat aber wirklich ein paar sehr interessante Aspekte, die ich eigentlich wiederum richtig geil fand, sie war nicht nötig, aber ich fand gerade dadurch, ich hatte es nochmal so einen richtigen Drift bekommen und werde ich es spoilern, nein, ich werde es noch nicht spoilern, aber ich spoilere schon so viel mal, für Kingpin geht die Sache dann auch nicht so gut auf, denn ein anderer Informant wiederum schließt auch noch einen Deal mit dem FBI ein, in dem er Beweise vorlegt, was für Dreck wiederum Kingpin dann doch am Stecken hat. Also für Kingpin geht das dann trotz allem nicht so erwartungsgemäß aus. Es ist ein würdiges Finale, endet aber trotz allem mit einem Cliffhanger, welcher dann von Ed Pruebecker dann 1 zu 1 aufgegriffen wurde und weitererzählt wurde. Und das auch sehr gut und damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Auf alle Fälle würdiges Finale, ich muss auch dazu sagen, das war mein erster Band aus diesem Bendis Run, den ich hatte und der hat es mir da schon richtig angetan und da war ich schon angehypt und hab dann natürlich eben wirklich nach und nach zugesehen, die Reihe irgendwie noch vollständig zu kriegen. Ich hatte auch immer Glück, ich hab sie alle zu vernünftigen Preisen bekommen, wo immer um die 10 bis 12 Euro. Ich bin generell auch nicht bereit über Coverpreis zu bezahlen und für alte Sachen, also die schon ein paar Monate auf dem Buckel haben, bin ich nicht mal Coverpreis mehr bereit zu bezahlen. So bin ich dann wieder, geizig, aber wenn man kein Geld hat, muss man geizig sein. Gut, ich würd sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal, holt euch die Akte Murdoch und wir sehen uns. Tschüss! Jetzt noch eine Zusatzanmerkung, die ich jetzt mit Absicht hinter das Video packe und sie beinhaltet einen sehr starken Spoiler, den ich eben nicht spoilern wollte, und zwar betreffend des großen Twisters, der zwar am Ende irrelevant ist, ob er nun da gewesen wäre oder nicht, aber der Twist ist, der Kingpin hat keine Akte Murdoch. Dies alles war nur ein riesiger Fake, auf den der, der wir anspringen sollte und eben sich sozusagen selbst verraten sollte. Dann wurde eben Matt wird eben auf der Suche nach der Akte von Paladin angeschossen, mit dem auch der Chef vom FBI einen Deal gemacht hat, wenn er eben Matt Murdoch verletzt und sie dadurch an eine Blutprobe rankommen, ist Paladin sozusagen seine Akte wieder weiß, rein, er hat eben keine Vorstrafen mehr, auf hat sich Paladin eingelassen, Matt Murdoch wird angeschossen, was ich schon wieder Schwachsinn finde, einem anderen Schurken, der kriegt seine Freiheit sozusagen, seine Verbrechen vergeben, um eigentlich einen Superhelden festzunageln. Also, das zeige ich jetzt nicht zu Bendis, sondern zu einem FBI-Boss. Gut, jedenfalls, das war dieser große Twist, ne, und natürlich muss Matt Murdoch sich ja von irgendwen behandeln lassen und zu wem geht ein verletzter Superheld? Zur Nachtschwester, die wir innerhalb des Bendis Runs ja das erste Mal kennengelernt haben, ne, und ja, hier ist es so, dass Ben Urik wiederum auch den Offenheitsort der Nachtschwester kennt, denn er hat darüber einen Zeitungsbericht geschrieben und das war eigentlich der große Plan, warum der Kingpin Ben dabei hatte, damit dieser am Ende verraten muss, wo die Nachtschwester ist. Denn, ja, wenn Ben nun nicht dem FBI sagt, wo die Nachtschwester ist, ja, kommt er auch ins Gefängnis wegen Behinderung der Justiz sozusagen, ne, und dementsprechend muss nun Ben eben diese Information ans FBI preisgeben, ne, was ich auch sehr gut wieder erzählt hier finde. Hierbei muss ich mich aber noch fragen, zumindest bei uns gilt es ja, dass die Presse einen gewissen Informantenschutz parat hält. Das heißt, selbst wenn sie von jemandem wissen, der ein Verbrechen begangen hat und von diesen eben die Informationen darüber kriegen, wie sehen wir ja immer wieder bei TAF und so, wenn da irgendwelche Drogendealer und Drogenkocher interviewt werden und ihre Geschichte erzählen, die werden verpixelt, die sind ja ganz klar, haben die sich Verbrechen schuldig gemacht, aber eben TAF gibt dies nicht weiter an die Polizei, weil sie eben diese Leute schützt und ja sonst eben von solchen Leuten keine Informationen bekommt, wenn die nun eben diese Verbrecher sozusagen an die Polizei verpfeifen würden, ne. Und es müsste doch in den USA genauso gelten, weil sonst würde doch auch niemand der Presse irgendwann, irgendwann mal was stecken, oder. Und dementsprechend weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem US-Recht jetzt hier nicht aus in diesem Fall, aber ich finde es auf alle Fälle sehr komisch, dass es FBI Ben dazu zwingen kann, äh, zu erzählen, wo die Nachtschwester ist, da sie ja zu einem eine Informantin ist, eine wichtige, eine schützenswerte Informantin, ne, die ja sozusagen als unbeteiligte Person jetzt in diese Sache mit hineingezogen wird. Und meiner Meinung nach müsste das eben eigentlich davon geschützt sein, eben von diesem Informantenschutz, ne. Fand ich halt so ein bisschen komisch, dass eben jetzt auf diese Schiene sozusagen, äh, der, der will, dann festgenommen wird, ne. Im Deutschen, äh, hätte sich Ben eigentlich komplett sagen müssen, nein, ihr könnt mir nichts, es ist Schutz des Informanten, und ich denke, in den USA müsste das doch genauso gelten, oder? Keine Ahnung. Gut, jetzt, äh, war's das auch mit den Nachwurten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.